Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Red Guard. Ja wir sind hier immer noch in Strassenkai. Wir wissen aber eigentlich immer noch die Viertigkeit. Und ich finde es auch super wie die Musik hier im Band einfach mal überlaut ist. Ich habe hier schon ein bisschen untergestellt. Also in den Einstellungen hier vorspielt. Und es ist trotzdem einfach unglaublich laut. Ich glaube die Einstellung macht gar nichts. Wir warten jetzt noch mal. Bezüglich Quests hier. So. Wir müssen ja jetzt erfahren was wir weitermachen müssen. Tobias says, Mr. Brabha Nidhal is a temple to learn more about Isauro. Nidhal says that he last saw the missing initiate Brabha Pithra. Leading for the park to collect an unbreakable museum. Nidhal thinks Richtons men are responsible for Pithra's disappearance. Nidhal says that the former initiate Brabha Pithra tried to enter the door under the cartographer's shop but didn't know the password and was refused at me. Nidhal says that any Goblins in Strasbourg Kai are banished beneath the Earth of Strasbourg Kai. Thanks for Franda Handling. So. Ich würde aber sagen. Wenn wir jetzt hier mal. Vielleicht. Vielleicht können wir einfach mal ein bisschen hier auf und raus gehen. Aus der Stadt. Und dann gucken wir mal gedacht gleich. Also dass wir auch mal. Die Haugstraße verlassen. So ein bisschen halt gucken gehen. Wir hatten da irgendwas auch über Katakomben irgendwie gelesen gehabt, gesehen gehabt, gehört gehabt. So warte mal. Das ist doch hier Sierra oder Siona. Cyrus Tweedheart. Ich glaube die steht auf uns. Also auf Cyrus. So. Dann gehen wir mal wieder raus. Und gucken. Vielleicht finden wir irgendwas. Entdecken wir irgendwas. Hier muss es doch irgendwo irgendwie. Mehr was zu entdecken geben. Da vorne. Ist ja ne Stratu. Vielleicht gibt es da irgendwie so ne Stratu. Das wärs. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Hier ist das Schoss und Teig. Hier gibt es vielleicht noch irgendwo. Noch einen anderen Weg. Dazu war das eigentlich nur hier links. Vielleicht gibt es auch andere Städte. Mal gucken. Hä? Hä? Woher ist jetzt die Stratu? Da. Okay. Die Stratu wachen hier. Ähm. Kann ich ihn gespringen? Ja, Tom. Ich stehe hier. Toll. Lade ich hier nochmal. Das ist schlecht. Ähm, ja. Fällt mir nichts so ein, dass ich da jetzt hängen geblieben habe. Aber egal, dann gehen wir noch einmal in die Richtung. Und wir zu der Stapu. Hier in die Nase. So, wir werden hier nochmal. Talk to man. Können die auch einfach mal alle ausladen? Äh, nein! Falsche Kasten. So, da bin ich wieder. Äh, ich hatte ja gerade mit DOSBOX das Problem, dass das komplett nicht geht. Hold on a sec. Bob, geh nicht an jemanden. Okay, dann halt nicht. Der hat keinen Bock zu quatschen. Aber wir wollten dann jetzt so glücklich nochmal zu Start gehen in die Richtung. Und dann war über DOSBOX nicht mehr möglich, dass, äh, wenn man einmal auf die Windows-Taste kommt, hier, dass er einmal wieder so groß wird. Sondern dann war das ein richtig kleines Fenster. Ja, ich habe gerade keine Zeit. Ich wollte jetzt zum Start gehen. Gucken, vielleicht entdecken wir da irgendwas. Und läuft ja auch jemand rum. Das ist halt auch, um im Weg zu sein. Das ist auf jeden Fall ein bisschen markiert hier. Pick up Gold? Alter, was? Hier liegt einfach mal so voll rum. Ich hoffe, wir bleiben jetzt nur nirgends vor hängen. Dann gehen wir mal weiter. Das sieht aber wirklich so aus, als wäre hier ein kleiner versteckter Weg gewesen. Gucken wir mal. Was finden wir vielleicht? Da ist ja auch nochmal eine Waffe. Und hier ist auch eine Art Sandweg. Aha! Wir haben hier eine Hütte gefunden. Und da liegt auch Gold. So, Inventar, wie viel haben wir jetzt? 65 Gold. Das ist nice. Nehmen wir mal hier rein. Vielleicht können wir hier noch irgendwas mitnehmen. Äh, Orksblatt. Oh, Spidersmilch. Spinnmilch? Wie? Das klingt ja eklig. Milch von Milch. Äh, Pick up Glass Bottle. Äh, Pick up Glass Bottle. Okay. Es scheint relevant zu sein. Ectoplasma. Sonst geht hier nichts rum. Okay, nice. Ja, jetzt möchte ich hier bitte noch. Keine Ahnung, was damit jetzt ist. Ich glaube, dass es nun gibt das Schild. Okay, aber nice. Wir haben hier ein paar Sachen gefunden. Ein paar gute. Jetzt ist doch nur die Frage. Was finden wir noch? Ja, auf jeden Fall schon mal ein Vogel. Hier scheint es auf, um irgendwie an die Seite zu gehen. Ja. Wo das hier entwirft. Da ist auf jeden Fall wieder eine Wache. Und ein Kreuz. Und ein Kreuz. Ja. Wo das hier entwirft. Das wird nach Schloss mit Kai. Und... Sand... Sandport oder so ähnlich. Konnte ich jetzt nicht so viel zu lesen. Gehen wir mal nach Sandport. Da vorne scheint eine Straße zu sein. Ah, warte. Da haben wir was. Auch eine Statue. Eine riesige. Eine riesige. Die Pflanze sieht wie sehr verdächtig aus. Okay. Aber ich kann nichts machen. Warte mal. Ist das doch eine derdritte Statue oder nicht? Es ist einer der Piraten! Du, Wotis, überrasch' jetzt! Du, Wotis, escape! Lass es runter! Komm schon! Schrei! Die Piraten, ja? Was sehe ich mit dem Piraten? Ähm... Ähm... Okay... Wieso auch mal, dass du von Weitem sehen kannst? Weil das so mit dir sicher ist? Aber du lass es auch runter! Das ist eine Dremaruine! Kleinen Moment! So, bevor wir da reingehen, machen wir erstmal ein Save-Game! Gucken wir mal, ob wir da über den Reich werden! Hatter-Observatory! Jo, wir können hier einfach rein! Okay, Musik ist da weg! Okay... Okay... Äh... Lass sie gar nicht, würde ich hier der Treppe kommen! Wer ist denn das da? Wer ist denn das? Ich bin Sirene! Ich bin Sirene. Drei! Wüß! Was? Nichts, ich mache nur! Äh, was ist hier? Hast du, hast du in einen Piraten? Jemand wie die Ressaluslie? Du bist der erste Person, ich habe ihn in ein paar Mal gesehen. Mann, niemand kommt von mir, Ressaluslie Piraten! Sie sind Angst! Geh weg! Geh weg von was? Los! Okay, äh, ich bin Zara. Ich bin eine Frau namens Izara. Sie hörst du von ihr? Ich höre viele Dinge! Ich höre die Rumpel, die Husten und die Husten! Die Husten! Die Husten! Die Husten! Die Husten! Okay. Was ist dieses Ort? Was? Das hat mich gefällt! Einige, die Dwarf in die Husten! Was? Ricken hat mich zu fixen, Aber die Husten! Was? 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 Ich habe mich zu fixen, Flash, Flash, Flash! Was? Flash? Flash, Flash! Was? Was? Den Dwarven Ruin Was ist das? Ich habe mich nicht entstanden. Aber ich habe nichts verstanden. Warum hat Rikton einen hier zu fixen? Hey Mann. Stopp' auf's. Aber Rikton Killrass will nicht fixen. Ich war hier in Iran! Es ist aber auch nicht so weird. Ghosts? Ghosts? Was Ghosts? Flash! Ghost mit der Lighthouse! Die Light! Flash, Flash, Flash! Man! Radmau! Wo ist der Helm? Lighthouse oder die Lighthouse? W-w-w-what about the Lighthouse? These poor Ghosts will get you! Get you! Flash, Flash, Flash! Their lights will haunt you! Okay, the lights. Lights in the Lighthouse? You're not making sense! Damn lights! Off and off! Flash, Flash, Flash! Keep my ass up all night! Okay, dann noch einmal perfekt, so müsste das probably end of the game. Calm down. You look like you fixed it. No! No! Not work yet! Fix the Orrery! But Rasmu can't fix Telescope! He will fall down! Ghosts trying to get me! Torment me! Flash, Flash, Flash! What? I put most of it back together? No magic either! Grandir will make Rasmu's head hurt and burn his legs! Oh. How does the Orrery push? The Rasmu doesn't know! But a white sky dwarfs through the power of the stars! Watch from all the constellations! And who they protected! Now your legs? You burnt your legs in the gear room? The pain! Steam down there hot as oblivion! Yow! Burnt my legs trying to fix the telescope! Need another gear! Okay, gear room. Slow down, friend. What's in the gear room? Gears! Flash! Roman's theme! The morphs had very, very, very large spray! Danger! Scary place! Okay. Okay. Yoshi, bring it back again. You need another gear to fix the telescope? Do I have a gear? Not just any gear! It needs to go on the far side, Sam! Do I have myself and go over my legs? What are these constellations? Who do they constellations protect? Flash! Each of them! It's a different feature of the stars of Camaril! The three guardians of the stars protect three charges from the... Technic! Guardians, Shirt, Snake... What are the guardian constellations? Every schoolboy knows about warriors and the stars and the wizard of course! The dwarves sit and believe in magic! So the wizard is the mechanist and the wizard is the one! Okay, nun. What do you mean, Charges? Damn, you've never read as a child. The Guardians each protect the three Charges of their circle. Flash! The thief watches the lover in shadow. Warrior, the thief, and on and on. You red guards are slow. Oh, the snake. What, what does the snake constellation do? He blithers from the sky. He's never changing with the stars. The dwarves. Watch out, Charges! Watch out, Charges! Stay calm, Erasmus. I mean... Now we're doing Erasmus. So, because of Erasmus, here's a safe game. Because... I don't want to do that again. So... It looks like it's like... I don't want to do that again. Oh... I don't want to do that again. Oh... Okay. Yota... Das ist nun krass. Das ist geil. Und... Alter, wie geil. Und... Alter, wie geil. Sind wir jetzt hier oben? Können wir hier irgendwie noch etwas Neues machen. Turnwheel. Wird passiert da. Ich hab keine Ahnung, was das macht. Hmm... Wie wird das mit dir gerät? Pontier? Das funktioniert doch einmal von vorne. Wie wird das gehalten? Ja. Hart. Kannst du nachher gerade reagieren? Das war ein neues Zeichen. Hatte ich hier doch gerade hin gemacht, oder nicht? Das war jetzt das Zeichen, was wir jetzt da hatten, oder? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Shift machen. Okay. Noch einen. In dieser Art. Irgendwo. Nicht, dass ich hier auch mal so runterfalle. Ne, anscheinend nicht. Okay, ich will den jetzt noch einmal sehen. Vielleicht kommt er noch was runter. Ja. 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 Ja, egal. Ja. 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 Ich glaube, wir können hier runter, ohne drauf zu gehen. Die ist auch sehr kompliziert mit den Wehern. Okay, warte mal. Ah, hier sind's. Ah, hier sind Logos. Genau. Ah, und der ist gerade... Okay. Warte mal. Hier sind ja überall Logos. Und die, die blau leuchten. Warte mal. Okay, da geht's runter. Äh... Will ich da jetzt runter? Keine Ahnung. Ne, jetzt geht's wieder zu. Riskieren wir mal. Wir müssen ja nicht drauf stehen drin. Komm. Ja, komm. Ähm... Will ich hier sein? Ähm... Will ich hier sein? Gehen wir nochmal raus. So. Und schnell wieder hier. Ja. Ich glaube, das würden wir erstmal nicht überleben, wenn wir da... durch... durch, äh... Dann gehen wir jetzt... Erst einmal... Erstmal weiter... Gucken. Wohl, wir können auch mal kurz gucken... Was haben wir hier eigentlich jetzt alles für Quests? Das ist ja nicht Wehmerruin. Hm. Er hat irgendwas mutiert, was weiß ich? Ja. Erasmus sagt, Dwarven gear ist needed to fix the telescope. Not just any gear. Erasmus claims, he's fixed the horary. But that he can't fix the telescope, because he's missing a gear. Ja. Ähm... Smugglers operation. Dann, beneath the cartografer. Ja. Wir gehen erstmal weiter. Gucken wir es mir noch zu entdecken. Am besten noch mal. So. Aber dann kommen wir erstmal auch ein bisschen aus der Stadt Trostmukai. Da raus. Ja. Hier haben wir auf jeden Fall eine neue Ruine. Oder eine neue Stadt. So ist das Ruine. So ist das Ruine. Es ist mir! Es ist mir! Es ist mir! Es ist mir! So das wäre ich auch wieder. Es ist mir, es ist mir auch einiges. Und hier die... die Windows-Taste hier zu drücken. Hier haben wir aber auch Gegner. Irgendwo. Leider woher mit dem Lebensuntergang. Ja! Oh nein! Ja, mein. ich hab mir den kaputt du bist so nervig von der Stimme ok den haben wir erledigt so einmal ich bin jetzt die Map drücke Sainsport oben rechts haben wir Strasbourg 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 und wir sind jetzt ganz im Blüten da ich mach hier ein save game So, ähm, hier. Nicht, dass ich aus Versehen gleich wieder auf die Windows-Taste komme. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen drüber. Okay, die Tür ist zu. Aber wenigstens brauchen wir keine Map mehr zu kaufen. Oh! Hier gibt es definitiv ordentlich Blut. Ich habe Gold. Health Potions? Nein, wir kriegen wieder Health Potions. Ja, Gold nehmen wir auch mit. Aber was ist das? Nichts. Nichts mitnehmen, aber hier haben wir auch nochmal Gold. Okay, immerhin haben wir wieder ein bisschen Gold gefunden. Keine Ahnung, wieviel Gold das ist. Kann ich nicht einfach so hoch. Wie viel Gold haben wir jetzt? 83, immerhin. Und zwei Health Potions haben wir wieder. Auch gut. Verschlossen, okay. Wie sieht es hier aus? Oh, okay. Äh, ne. Das ist jetzt noch nicht. Gibt es jetzt noch irgendwas? Äh, darunter springen wir nicht. Weil keine Lust gefressen zu werden. Okay, war jetzt wirklich nur dieser eine Gegner hier. Wenigens hat er ja auf jeden Fall eine Karte gehabt, aber nur der eine Gegner. Ich würde gerne lieber hier in den Leuchtturm gehen. Kann nicht gehen. Kann ich aufpassen? Hallo? Okay, können wir nicht so hoch. Die Tür hatten wir schon? Ja, die hatten wir auch schon. Hier ist alles verschlossen, außer das ist ein Gebäude. Dann wollen wir eigentlich mal weiter. Cool, dass wir sowas entdeckt haben. Ohne, dass wir jetzt eine Karte haben. Karte ist sehr viel wert, finde ich. So. Da sind wir gerade. Warte mal. Kann ich da irgendwie auch reinzoomen? Da sind mehrere Minen zum Wohlen, glaube ich. Oder sind das die Sachen, die wir entdeckt haben? Da haben wir wieder ein Karier. Ja. Da haben wir wieder die Delta. Da. 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 Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Hier. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020